Diese Maschine zum Beispiel hat eine Masse-Durchflussmesse für Druck- und Temperaturabhängige Utilisierung, die neue Wegezelle und natürlich als Highlight SMART die innovative Prozesssteuerung. Also SMART analysiert die Startbedingungen vor jeder Behandlung. Das heißt Luftfeuchtigkeit oder Lufttemperatur verändern sich natürlich über den Tag oder über die Jahreszeiten und die Aluminiumentgasung ist abhängig von zum Beispiel Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur. Wir sind der Meinung, dass wir Entgasung verstanden haben. Das heißt die gesamte Theorie dahinter, Gaslöslichkeit von Wasserstoff, Rotordesign, Gasblasenverteilung, das sind Sachen die wir in eigenen Versuchen oder gemeinsam mit Partnern und Gießereien untersucht haben, analysiert haben und dann halt in dieser Software alles zusammengefasst haben, um es für den Gießer leichter zu machen, eben eine optimale und qualitativ hochwertige Behandlung zu fahren. Die SMART-Anlage stellt sicher, dass am Ende einer jeden Behandlung sie immer eine konstant gute Schmelzequalität erreichen und natürlich ist auch ein Report-System dabei. Das heißt am Ende einer jeden Behandlung werden alle Behandlungsparameter aufgezeichnet und im Datenpfeil gespeichert, können sie als Excel-File exportieren. Rückverfolgbarkeit von Behandlungsdaten ist absolut wichtig und speziell im Automobilsektor oder bei High-Quality-Castings, das ist key. Das muss man einfach haben und das ist eine Sache, die die SMART-Software liefert. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert.